Wir sind da oben gerade gelandet. Ein Vogel. Ne, du hast da wohl ein Vogel. Ist eigentlich der Spittling noch da? Ja, der Spittling ist noch da! Wir müssen uns immer mal wieder erkundigen, ob der Spittling war. Oh, wenn wir Glück haben, passt das doch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja doch, das passt, krass. 19 sind übrig geblieben. Jetzt muss nur noch hinten einmal die Wand runtergezogen werden, sobald gleich in dem Loch Erde drin ist. Okay. Haben wir noch mehr von den Laternen? Äh, ich muss so gucken, weil ich hab keine Ahnung. Ich würde gerne mal wissen, wo man die sich baut. Nein, Alarm! Wir werden angegriffen! Wir werden dann sterben! Wir haben die Leute nicht mehr, Scheiße. Sicherlich nicht irgendwo, wo es hingefallen hat. Aber irgendwo, die noch hingefallen hat. Warte, ich hab hier den Kasten noch nicht durchsucht. Ne, ich hab auch diese Laternen nicht mehr. Okay, wir haben noch zwei Überwachungskameras. Wir haben auch keine Ahnung. Oh, nix. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Nein und... Nein. Da ist nix. Die noch irgendwo liegen. Wir müssen uns gleich provisorisch erstmal helfen. Äh... Provisorisch sagst du. Ja. Fuck it. Ähm. Da ist nix. Da ist nix. Das ist doch irgendwo die Idee gewesen. Ey, wir haben sogar einen Fernseher. Und Waschbecken. Am großen Kram. Ich muss einfach gerade alles irgendwo rein, damit ich hier erstmal meine Metalle habe. Ja und dann, dann suchen wir wieder, ne? Ja klar, aber was soll ich hier sonst machen? Ich komme nicht weiter mit dem ganzen Kram. Die Kameras, die sind eigentlich auch hier. Jetzt haben wir wieder einen Platz damit. Wenn ich diese Glasblöcke endlich mal finden würde, dann könnte ich wenigstens draußen auch mal den Garten ausbauen. Dann haben wir wieder sehr viel Dekomaterial weg. Cool. Ähm. Na gut. Na gut. Na gut. Aber wenigstens haben wir jetzt einen Wasserbeuter. Wow. Das ist doch was. So, ich entleer erstmal mein Inventar in den ganzen Kisten. Ich hab mir die Schwachfiguren mit. Ich hab auch noch einen Kühlschrank. Wir könnten ja theoretisch den ganzen Gartenkram einmal draußen in irgendeine Kiste reinschmeißen. Äh gut. Wo haben wir noch die ganzen Erze? Ich pack unten mal ja die ganzen Schaft über den. Nein, das ist ja vielleicht schon nach Farben sortiert. Das wäre ein bisschen besser. Ach ja, die Erze hat nur unten gehabt, ne? So. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. was ist halt, oder? Äh was man lagervoll, wollte ich immer mitnehmen. Ne, hab ich's nicht aufgesteckt. Hab ja nur, dass ich... Und übrigens wir haben die Glatier hatten noch. Ja, fünf Stück. Und wir warte zeigen gleich, wo die man. Äh, ey, jetzt hab sie jetzt halt. Die waren. Wo die auch gar nicht hin, da sollten die gar nicht reinziehen. Was muss das jetzt mal gewesen sein? Einen ganzen Gartenkram, tust du unten rein oder was? Tu grad mit. Hier oben die obere Kiste war da was dann. Ja, was machst du jetzt hier unten rein? Da waren die, äh... Aber hast du gesehen, ne? Die, da hast du jetzt gesehen? Äh, warte, 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 warte. Oben? Kiste? Oben, ja. Ach, da! Für ein Stück, okay. Hast du die jetzt? Ja, hast du. So, ähm... Das platziert die mal ein bisschen random. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz Uplay schließen, weil ich... Keine Ahnung habe, ob ich die ganzen Aufnahmen hier gerade... Wer alles gerade, äh, Rainbow und so weiter spielt, das ändert sich hier gerade alles in so einem 5 Minuten Takt. Ich krieg die ganze Zeit so ne Nachricht rein. Naja, egal, ich lasse einfach jetzt mal. Ich möchte auch nicht wieder Cutten und so weiter. Oh, Mann. Ich hab schon wieder Hunger, ey. Ich hasse das, dass man die ganze Zeit essen muss hier. Okay. Ja. Das ist echt ein bisschen viel. Ich will mich so einfach fressen, ey. Und ein paar von den Kartoffeln, so. Äh, äh, da, 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 da. Also noch ist hier gar nichts sortiert, ne? Also nur die Hälfte sind hier sortiert, hab ich das Gefühl. Gartens! Ja, das ist doch nicht so. Und zum Teil noch die ganzen Kuscheltiere drinnen und auch die ganzen Spielautomaten aus der Atlantischstadt. Und vor allem haben wir diese Dinger noch. Äh, das wird... Kommt alles raus in den Garten. Wenn der mal... Wie, wie groß wird's den Garten machen? Der Garten soll schon so groß werden, wie das Lager da hinten jetzt geworden ist. Ja, am besten so groß wie die ganze Welt. Nein. Aber ich brauche mehr von diesen Grasblöcken. Ja. Aber wo findet man die? Das hab ich mich letztes Mal schon gefragt. Äh, hab ich mal nachgeguckt, das hab ich gleich auch gesagt, dann hab ich's wieder vergessen. Ja. Wir müssen dieses Planeten finden. Wissen wir das? Ja. Was ist, wenn ihr das nicht findet? Ah, keine Ahnung. Noch ein Kühlscher. Ja, die brauchen wir jetzt erstmal hier. Ja, zu viele Kühlscher. Vor allem sieht das so scheiße aus, wie die alle umstehen. Ich dachte schon, die eine Küche, die hat nicht groß genug, ne? Nein, die sind nicht. Die sind einfach nicht groß genug. Die sind einfach so klein. Früher immer so, ja, wir haben einen Kühlschrank gefunden. Ja. Ein Kühlschrank ist gar nichts wert. Oh Gott. Da hat da sowas nicht. Hä? Ne, ich wird noch ein bisschen was getestet. Oh. Und ich muss wieder... Ich muss noch mein Hauptinventar der Rollen, da ist auch noch zu viel Kram drin. Auf in die Bibliothek! Bücher. Ähm. Das hier vielleicht? Ja. Bücher. Bücher. Ähm. Der muss noch weg. Und der auch. Was ist das denn? Eine Faust. Ey, das ist eine legendäre Waffe. Ja. 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 cool. Ich hab sogar so ein Visier. Der mir eine legendäre Waffe ist, glaube ich. Da haben wir schon zwei Fäuste. Ich hab mega viel Kram, den auch weg muss. Da werden nur noch ein per zwei für eine legendäre Waffe. War eine größte Kiste für die legendäre Waffen. Siehst du die legendäre Waffe ist? Ja. Hey, hey, hey. Ähm. Haben wir noch irgendwo was mit... Rüstung gehabt, so? Köpfe oder so? Ah ja, da oben. Ausrüstung. Ja, aber das ist doch keine... legendäre... Rüstung. Nee, 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 nee. Ich hab jetzt nur den Kram reingepackt. Ich weiß ja nicht. Ja, aber was soll man denn die Rüstung dann hin tun? Weil... Ich brauch sie grad nicht. Ich weiß auch nicht. Wir brauchen neue Kisten. Wir brauchen eine größere Waffenkiste. Die legendäre Waffen. Weil der Chakra habe ich auch noch fehlen. Der Chakra ist auch meine legendäre Waffe. So, wo kommt der Kram hin? Legendäres Chakra. Töte es! Wien. Äh... Ich hab hier noch hier eine Bumme. Meine Gott, ich brauch jetzt... Ich guck mal, ob ich eine größere Kiste bin. Äh... Ja, wo... Wo haben wir sie denn? Nein. Nein. Okay, nein. Kram, den ich jetzt hier noch loswerden will. Hm. Wo kommt der... Die Axt hin? Da... Da brauchen wir für alles irgendwie größere Kisten. Und mehr. Es wird Zeit, dass wir auf das Schiff kommen. Ähm... Den komm ich mal da rüber. Die Medizin muss natürlich ausgerüstet werden. Ja, muss ich noch diese auch nicht wegkriegen. Was ist das? Die Medizin und... Und jetzt... Jetzt... Ah, das ist jetzt die Jumpoose. Der geht... Aber noch... Regeneration. Der geht... Hehehe. Hehehe. So, was mach ich jetzt hier mit noch? Das ist auf mein Schiff und das nämlich noch... Ach, ich hab drei von diesen Ketchup-Pots. Was? Oh, come on. Ja... Leere? Ich glaub ja. Ja, so wie's aussieht ja. Okay, Katze. Dann muss ich jetzt mal kurz auf mein Schiff. Das ist da rein. Und das da rein. Also von mir aus... Kann man da mal... Paräten besuchen. Okay. Oh, fuck. Brauch ich... Brauch ich immer das Super-Cut... Das Solos-Cut-Anne ein. Ähm... Ich wollte hier eigentlich nicht hin. Hier ist es kalt. Stürfst du? Nein. Es ist einfach nur kalt. Ja, wir haben ja... Wir haben ja ebenso... Ich wollte ja ursprünglich... wieder zurück nach Hause. Okay, wir biemen ich mal... zum Schiff. Ah, I'm the black man. Essen hab ich auch genug dabei. Wir müssen aber noch die Glitch-Clues finden. Stimmt. Also ich hab die Hälfte ungefähr schon gemacht davon. Naja, ich hab davon auch gar nix. Was? Hast du auch gar keine Option? Ne. Okay. Hi. Wir müssen zu Fiery Star. Wir müssen zu Vulkan... Ich Idiot. Ich hab was weggetan. Ich hab was weggetan. Wir müssen zu Planeten mit vulkanischer Aktivität. Okay. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich such mal da grad noch vulkanische Aktivität. Die wollte ich auch mitnehmen. Ich guck auch mal bei mir im System ob einer näher dran ist. Ähm... Achja. Dieses neue System. Temporiertes Sterne, oder? Wir brauchen Fiery Stars. Was brauchen wir da drauf dann? Ähm... Oh mein Gott. Dieser Lärm. Aaaaah. Guck mal. Guck mal. Guck mal was es ist. Einfach so schwarze Wolke. Guck mal. Guck mal ein bisschen. Jetzt haben wir statt. Ach ja. Wirst du dich wirklich mit mir anlegen? Nein. Wow. Schmeiß mich hier nicht mit Popeln. Nein! Ha. Okay. Wirst du runter? Äh... Du musst erst noch näher ranfliegen. Stimmt, da war ja was. Äh... Wo haben wir denn den vulkanischen... Äh... Da ist ein Schiff, glaub ich. Äh... Äh... Das ist glaube ich doch kein Planeten. Okay, fliegen wir mal dahinten. Naja, das ist nicht. Ich glaube ich sehe hier nur... ...mein Schiff aus von dem Ort. Wo wir jetzt sind. Ja, glaub glaub. Mein Schiff bewegt sich von der Umlaufbahn so gar nicht. Okay. Wenn ich also bei dir ins Systeme bin. Einfach nix so. Nee. Und jetzt müssen wir noch näher ran. Ja, ja. Das ist nämlich... Guck, das sind hier... ...Monde. Und das ist der... Das Wetter ist nicht sehr freundlich. Alter. Ich hoffe, dafür sind wir nicht ausgerüstet. Ich hoffe, ich gehe nicht sofort drauf. Äh... in der Lava... Nein, äh... Wir sind noch nicht dafür ausgerüstet. Und wir sind weg drunter. Was fehlt uns denn? Nein, 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 nein! Warte, warte, warte! Ich hab das Falsche! Nein, stopp! Ich hab das falsch gedrückt. Ich wollte nicht mit dem Ding runter. Hey, was fehlt uns denn dafür? Wir brauchen noch so ein Update. Das kalte Update. Hab ich ganz vergessen. Okay. Ich komme mal kurz bei uns zu Hause mal nach. Da war ja was. Wir haben schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Da kann man was vergessen. Wir sind und ich habe nie gleich gespielt. Jah, du hast ja was. Ich konnte ja. Nein, du hast ja nie. Abwärte mich nicht mehr zusammen. Da sind Sie schon seitens. Bis zum nächsten Mal.